Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Und wir docken jetzt die Zelle ab. Zelle ab docken kann ich. Jetzt sieht das ja nach dem konformen Weg aus. Und wie ihr wüsst, ich bin jetzt ja nicht so der Typ, was eine konforme Weg angeht. Aber hier oben ist halt nichts. Weil Siegkürz kommt nur weiter. Hab ich da irgend so ein Würmchen gesehen? Ne, ich glaub nicht, ne? So ein Würmchen hier? Hallo, Würmchen? Nee, nix mehr püren. Hm. So, was hab ich denn? Die ist aber gemütlich, die Zelle. Sie hat irgendwas gesagt, aber nur in Englisch. Obwohl es nicht auf Deutsch übersetzt. Oder wahrscheinlich eine Strophe gespart. Was schrecklich ist. Oh. Ich kenne diesen Ort. So hoffnungslos. Als ob man nie weg könnte. Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie? Wie tief bin ich gefallen? Hey Schwester, Nillen. Dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. Das Spiel möchte mir sagen, ich darf hier nicht lang. Okay. Was ist mit dir? Wie weit kommst du? Okay, du hörst dir auf. Das heißt, ich kann technisch beim ersten, beim ersten Rüsteln. Und dann beim zweiten, weil ich nicht schnell genug bin. Ich mag es, wenn sie schreien. Nö, 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 nö. Hallo, 200. Oh, das war knapp. Ich behaupte, hier ist jetzt irgendwo ein Secret. Warum sollte ich sonst? Nein! Warum sollte ich hier sonst weitergehen können, wenn da nichts ist? Niemand weiß es. Kann ich auch rennen? Ich würde gerne rennen, das wäre großartig. Das würde mir viel Zeit ersparen. Ach Gott, jetzt komm hier schon wieder. Nein! Böse Drohne. Vorhin drohen. Böse Drohne. Jetzt kommt nein. Ich möchte das... Schade. Hätt' ja sein können. Ich möchte das... Ich möchte das... Warum... Was du nicht erinnerst, die Verkaufstur ist. Bevor du Selbstmord vergehst, denk daran. Jemand, der dir nahe steht, warte vielleicht auf deine Kleidung. Nein, ich möchte das... Warum... Da ist irgendwas. Ich behaupte, das ist ein Secret. Ah! Und? Und? Werde recht? Ich. Großartig. Der alte Secret-Radarriecher funktioniert noch. Sehr gut. Das Ding ist wieder zu. Wer macht die Tür zu? Oh, geil. Das sind diese Saugroboter, nur in groß. Überlegt mal, wenn ihr den in der Wohnung habt, der macht die Bude in 5 Minuten sauber. Voll nice. Okay, ich mag die Reporterin übrigens noch immer nicht. Die ist komisch. Oh, hier, Robby. Robby, können wir einen Deal machen? Du fängst bei mir an? Zur Arbeit? Ich meine... Ich habe hier überall Kacheln. Das wäre schon ganz optimal für dich. Oh, lebt der hier? Sieht aus wie so eine Ladestation. Hm. Beschränkter Zugang? Exklusive Neustadt. Ja, nee, ist klar. Oh, oh. Was machst du da eigentlich? Okay, wir gehen erstmal hier rein. Ich meine, Server-Rallys klingt wichtig. In einer Zeit, wo... What the fuck? Okay. Uh, da gibt es die Küche zu sehen. Alles klar. Eine rote Spur auf dem Boden. Und irgendwelche Pakete. Eine rote Spur auf dem Boden. Oh, das wird knackig zu suchen. Mal schauen, wo man... Alle neuen Aufgaben und Beförderungen bitte den heutigen Dienstregister entnehmen. Hey, sag dir das aus dem Kopf. Lass dich hier nicht blenden. Fokus-Boost. Nice. Äh, der fünfte... Ein neuer Fokus-Balken. Ich glaube, dann kann ich jetzt zwei sammeln. So, wie wäre ich denn darauf gekommen? Motorbalken? Wow, da war die Kamera hier unten am Arsch der Welt auf den Boden gerichtet. So, ich glaube, deine Lücke war hier rechts wieder, ne? Oder hast du hier links auch eine? Halt nicht. Krieg halt nicht. Ich hoffe, ich behalte meinen Fokus-Balken. Ich hab nur ein bisschen Sorge, dass das jetzt nicht der Fall sein wird. Warum werde ich das wohl nochmal überprüfen müssen? Weil so ein Fokus-Balken, der ist schon ganz nice. Ja, muss ich nochmal eins sagen. Gut zu wissen, falls es mir nochmal passieren sollte. Schöne Ecke. Ne, ist was passiert. Ich war nie da. Tschüss. Jetzt mal ganz ehrlich, was sind das für Geräte? Ne? Die fliegen hier durch die Gegend. Scannen den Boden. Krieg's aber nicht geschissen, mit einer Kamera zu sehen, wenn ich davor stehe. Ein Offizier der Stufe C, bitte dringend dorthin. Irgendwie schlechte Roboter-Kameras, aber okay. Lassen wir mal dahingestellt sein. Wird hier irgendwas tolles? Alle neuen Aufgaben und Besonderungen. Diesen Universal-Schlüssel übrigens immer noch. Nice. Das waren die Mülltonnen, ne? Rot voll, blau, zu. Irgendwas war da. Oh ja, lass mich noch langsamer gehen. Ah, Sergeant Vaughn. So sehr ich Ihre Leistung zu schätzen weiß, ein Mindeststandard ist bei den Probanden, die Sie anbringen, dennoch erforderlich. Ich brauche gesunde Exemplare, keine Halbtoten. Ja, ja, schon gut. Füll das blöde Formular aus. Schönen Hinweis. Madame und Dr. Craig werden zum... Gerade rechtzeitig. Ich werde Madame von ihrem Niveauverlust berichten. Mal sehen, wie sie das findet. Oh Mann, wirklich? Das wäre einfach toll. Arsch. Gucken wir jetzt den Dock rein? Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. Seine Bugs, versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse. Sonst kommst du nicht an Madame ran. Hallo, ihr schönen Zeit für eine Leibes-Visitation. Ja. Nochmal. Ja, nochmal der Christus-Nachronsprecher. Da, Jux. Na, Jux. ja sauber ich muss jetzt wieder ein paar sekunden warten das wird ein spaß ich halte doch auf schicht im schaft ab geht er so jungen du dich alleine gegen den rest der fällt wo ist er jetzt war irgendwas verpasst schon wieder ja 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 machen wir machen wir schnell noch einer wo ist er denn jetzt der alte sack die nackte menschen hallo nackte menschen ist der auf klo hä oh tschuldigung vielleicht sollte er auch seine erinnerung einfach klauen was meine aufgabe war ja alles was du mir angetan hast das ist für alles woran ich mich nicht mal erinnern kann sehr gut schwester du hast die schlüssel zum königreich die bastille gehört dir so einfach war das zu wissen na dann ab geht die tür denn die party geht ab in den süden hätte sein könnte es jetzt hier vielleicht noch eine erinnerung finde wie eine tür aufgeht naja schade also wenn ich entwickler hätte ich in secreting gefragt ich bin kein entwickler der sonne hinterher jo was geht so wer kriegt jetzt auf die rübe von uns oh ne brauche ich nicht hä hab mir ehren junge ihr offizier 1242 konfrontiere flüchtling der junkboard durchbricht den schild der schweren enforcer drücken sie lb anvisieren rb zum feuer na dann richtig ja das ist ja ich brauche ne neun ich brauche ne neun das ist ich brauche ne neun das ist ein der schwarzer schild noch einer gratis prügel gibt es alles bin voll dabei okay ich habe zwar eingänge der richtige und habe ich sagen der hier okay waren beide richtig ich konnte nicht muss man ja ist ja gut jetzt können wir mal runter schön durch heilen Hm, natürlich gibt es noch mehr da worden. Irgendwas ist passiert. Explosiver Sensen-Virus, der Enforcer-Schilde zerstört und alle Schilde in Reichweite schweren Schaden zufügt. Na dann? Ne Logik-Bombe. Wer kennt sie nicht? Achso, jetzt muss ich ein Ziel wählen. Drücken sie jetzt... Ich bin nicht gut. Na komm, das nehmen wir direkt ein, wir setzen uns zurück. Hallo! Kittem, danke für Voraus. Ist da noch einer? Jo. Ich glaube, wir haben eine. Sie, GG. Wenn ich mein Gedächtnis wiederkriege, dann bitte ohne Worn. An dieses Arschloch will ich mich nicht erinnern. Die Vergangenheit kann dir nichts mehr. Lebe im Hier und Jetzt. Na dann? Weiter geht's. Och, ernsthaft? Oh, ich dachte schon wieder. Sogar sagen, wir hatten noch grad einen Kampf. Kaffee-Tscher ist jetzt auch nicht so... Aber warte mal, jetzt kommen wir mal grad hinterher. Damit breche ich. Ich würde mir eigentlich ganz gerne... Ähm... In meinem Kombo-Lab hab ich ja den hier. Ich glaube, ich hätte hier gerne zu den Standard hier... Das ist ja wirklich der simpelste Angriff. 3xX. Aber dann mach ich da kein Break-In, sondern ich mach ein... Heilung- und Zeit-Kombo-Verringern. Denn mit dem Ein-Kombo-Angriff bin ich definitiv am schnellsten. Tür auf, easy. Morgen Jungs, wo seid ihr? Ich bin's, die Mama. Ist das die Chefin? Oh, Gott, ist wie... Madame, Eindringling in der Wachenumkleide. Genauer, bitte. Sergeant Warn wurde angegriffen. Totale Gedächtnislöcher. Schatzt den Eindringling. Doppelpatrouillen. Ich aktiviere den Braindrainer. Die einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Kann da einer sagen, was das für ein Gerät ist? Oh, geh weg. Okay, ich sollte mich davon nicht erfassen lassen. Wenn ich still bleibe, sieht mich das große Auge nicht. Ich bin aus dem Licht, Melin. Alarmlicht. Alarm. Ich hab schon Gedächtnis verloren. Ah. Ich krieg Schaden. Gedächtnis heile, aber Schaden im Kopf. So, hier. Eindeutig in der Pfeiler. Ich wollt grad sagen. So. Ihr hört das. Folge ist vorbei, Leute. Bis zur nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.